Moin und hallo von der Glückauftrasse zwischen Sprockhöfe und Hatting. Ja, Chris und ich sind heute wieder etwas mehr auf befestigten Wegen unterwegs. Der Winter will einfach kein Ende nehmen. In den Wäldern gibt es im Moment nur Fanggepackungen. Da haben wir keine Lust zu, außer lieber was Befestigtes. Wir haben uns aber eine, denke ich mal, auch recht schöne Strecke rausgesucht. Wir sind gerade gestartet in Sprockhöfe. Das ist so, ja, ich sag mal grob zwischen Bereich Bochum, Essen, Wuppertal, dazwischen am Rand der Elfrigenhauser Schweiz. Ja, wir gehen jetzt auf der Glückauftrasse, einer alten Bahntrasse in Richtung Hattingen. Wir kommen dann noch durch einen Tunnel. Wir wollen in Hattingen am Leinfahrt der Ruhr entlang gehen. Dann durch die schmucke Fachwerk-Altstadt von Hattingen. Und dann soll es, ja, so ein bisschen hügelig über Land wieder zurück zum Auto gehen. Geplante Streckenlänge ungefähr 21 Kilometer mit gut 300 Metern. Wenn es keine Umleitung gibt, weil hier war gerade schon einer ausgeschildert. Ich hoffe, die gilt tatsächlich nur für Radfahrer, nicht für Fußgänger. Sonst haben wir gleich das erste kleine Problem. Ja, Wetter. Frisch ist es. Fünf Grad kalter Wind. Ich bin froh, dass ich zumindest die Handschuhe mal mit eingesteckt habe. Noch geht es ohne. Aber man wird sehen, was kommt. Und bis gerade hat es auch noch in Strömen geregnet. Auf der Anfahrt hatten wir sogar ein bisschen Schneeregen. Naja, es wird Zeit, dass der Frühling kommt. Warten wir im Moment gemeinsam während des Intros. Bis gleich. Ja, das Intro ist zu Ende. Der Frühling ist immer noch nicht da, aber dafür gibt es Rehe. Ich hoffe, jetzt sieht sie da hinten so ein bisschen. Monthly ist zum Ende. Grundschüss. So, jetzt geht es in den Schulenberg-Tunnel. Da war ich auch noch nie. 1883 erbaut, 195 Meter lang. Also der Tunnel, nicht ich. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind jetzt auf dem Leinfad an der Ruhr. Ja, da stand jetzt noch ein Schild, dass es gesperrt ist, aber vielleicht hat es auch die Schilder einfach noch nicht weggenommen. Das ist zwar bis Oberkante und Unterlippe hier das Wasser, aber wir versuchen es mal. Ja, hier vorne wird es aber schon nass. Ja, der Leinfad steht hier inzwischen komplett unter Wasser. Wir sind ja auf einer Wiese unterwegs, parallel dazu. Und es ist gerade ein anderes Pärchen entgegengekommen. Die wollten befragen, ob man durchkommt. Vorher hatten die uns schon gefragt, ob man durchkommt zur anderen Seite. Ja, also wir kommen hier wohl durch. Aber es gibt gleich noch eine kleine Challenge, die wir da wohl bewältigen müssen. Ich sag mal noch nichts. Ja, hier ist dann die Challenge. Es ist nämlich ein Zulauf in die Ruhr. Und ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Chris hat sich dazu entschlossen, so wie es die beiden anderen Leute auch gemacht haben, sich über das Geländer da vorne zu hangeln. Aber ehrlich gesagt keine Lust, die ganze Strecke wieder zurückzugehen. Da hätten wir über Haugstraße. Da hat ihn gerade gewusst und schon mal den schönsten Teil verpasst. Das wollten wir nicht. Und jetzt wird es lustig. Chris hangelt sich und ich überlege im Moment gerade noch, ob ich mich da auch längs hangel oder ob ich einfach die Schuhe ausziehe und durchs Wasser gehe. Ich lass mal laufen und bin gespannt, was passiert. Was soll ich sagen? Option zwei. Schuhe aus. Und ab durchs Wasser. Und fragt nicht, ob es kalt ist. Ja, es ist. Das macht jetzt richtig strömer. Guck dir das mal an hier. Jetzt gerade tiefer. Chris hat es gleich geschafft. Leute, was für eine Aktion. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind da durch. Haben jetzt unsere Füße auch mit Tempotüchern wieder halbwegs trocken und sauber gekriegt. Und wie das Smurfies Gesetz so will, mittendrin, wenn man da irgendwie auf einem Bein rumhüpft und versucht sie nicht auf die Backe zu legen, fängt es an zu regnen und das Wasser kommt von oben. Zieht man sich schnell die Sachen an und dann hört der Regen auch wieder auf. Also irgendwie fühle ich mich im Moment etwas veräppelt. Aber irgendwie ist es auch cool. Ja, jetzt haben wir ein wohniges Fußgefühl, sag ich mal. Also ich habe so ein leichtes Brennen jetzt. Ein bisschen zwanghaftes Kneippbaden jetzt. Dafür ist der Weg jetzt aber auch trocken. Die Sonne kommt raus. Es riecht nicht mehr. Und ihm jetzt Spaß gemacht. So, bis zum letzten Ende war es dann nochmal überschwemmt. Wir mussten eine Ausweichstrecke nehmen über die Wiese. Aber jetzt haben wir die Ruhr erstmal geschafft. Ja, und jetzt geht es weiter Richtung Hattingen, Altstadt. Und wir euch sch requisitos. Dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich mal auf den appropriaten터� Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was für ein Wetterwechsel. Nur fünf Minuten waren wir noch in Hatting in der Innenstadt. Und jetzt kübelt es. Wir sind im ländlichen Bereich. Auf einmal kam hier richtig Wind auf, ganz spontan. Und es sieht richtig apokalyptisch aus. Meine Herren. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier vorne auf der Straße, wenn man genau hinguckt, endet quasi der Regenbogen. Ja, wir hatten vor wenigen Metern wohl auf dem Scheitelpunkt dieses Berges die höchste Stelle des heutigen Tages. Da hatten wir einen Blick über Bochum hinweg Richtung Gelsenkirchen bis nach Essen. Und hier geht der Blick Richtung Wuppertal. Ihr seht ihn in der Ferne eventuell und komische Dinge aus dem Wald kommen. Das etwas dickere ist ein Wasserturm, das daneben. Das Zeichen von Ikea. Was für ein Wetter. Hin und her geht es zwischen Sonne und Regen, ein bisschen Hagel mit dabei. Richtig abenteuerlich heute. Richtig abenteuerlich heute. Ja, wir sind so den letzten 1-2 Kilometern zum Auto. Wir sind also zurück auf der Bahntrasse. Ja, lass uns mal überlegen, was wir heute so hatten. Wir hatten die Bahntrasse. Wir hatten den Leimpfad an der Ruhr. Wir hatten die Altstadt in Hattingen. Wir hatten ein schönes ländliches Gebiet, wo es auf und ab ging. Wir hatten Hagel, Sonne, Regen. Wir haben ein paar Rehe gesehen. Wir haben ein paar Regenbögen gesehen. Und es sind verschwitzt, nass und dann noch Reste von Gänsekacke am Fuß. Ja, Zeit also, dass wir jetzt im Auto kommen. Und dann Richtung Heimat fahren. Ja, ich hoffe, der Ton war unterwegs okay. Weil, ja, es war teilweise recht windig. Und der Mikropüschel ist auch nass geworden. Und, ja, ich hoffe, es ging. Und, ja, für uns war es zumindest nicht langweilig, Rote. Ich hoffe, für euch auch nicht. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht es gut. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Lieber nicht, man sieht es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.